So, willkommen beim Let's Play Singapur Part 2. Wir sind hier stehen geblieben bei New, beim Level Quest Wolf. Wir müssen jetzt hier 14, 15, 14, 15, wie viel müssen wir killen? Oder 15, 15, welchen müssen wir killen und den erledigen wir jetzt. Viele Leute, die jetzt neu eingeschaltet haben. Ja, Mithin 2 Singapur ist ein offizieller Mithin 2 Server. Den, ja, der irgendwie von der Gameforge nicht abhängig ist. Die haben eine eigene Website. Ja. Für die, die die Letzte schon mal eingeschaltet haben und für die, die jetzt nochmal eingeschaltet haben. Für die ganzen Leute, die einschalten, auf jeden Fall. Ja, ich fange von Null an. Ich habe nichts hier. Ich habe noch nie mit den SG gespielt oder ähnliches. Ähm, ja. Meine Charmy, fragst du jetzt, wieso bin ich Level 6 und meine Charmy Level 7? Das liegt daran, weil ich wollte mit euch von Null anfangen und ich habe mich mit meiner Charmy eingeloggt. Und einfach mal testen, einfach mal testen, was so hier, wie es hier so ist, mit dem Leveln und so weiter. Ähm, was mir noch aufgefallen ist. Also, ich würde mich für das Klicken entscheiden, also ich würde mich für das Klicken entscheiden. Und jetzt könnten wir jetzt Ding gehen. So. Unsere Fertigkeiten holen, aber auf die scheiße ich jetzt. Glaub mal. Weil dann gehe ich eh in die Stadt und verkaufe meine Sachen. Und verkaufe eh meine Sachen, also. Jo. Wir schauen jetzt einfach mal langsam über sich. Hier geht schon. Mhm, so. Und man levelt hier eigentlich, ja, dank halt Expediting und so levelt man hier schnell. Äh, ich habe es mir nicht gekauft, für die, die neu eingeschaltet haben, jetzt nochmal. Ähm, ich habe es mir nicht gekauft, das ist, warum das bekommt man. Bei mir die zwei Singapur bekommt man das dazu. Wenn man hier noch anfängt, sieben Tage lang. Äh, Full Equipment sieben Tage lang. Das ist halt voll geil, finde ich. Ends geil. Da, ja, weil Mädchen, die eh, die sind halt alle geldgeil. Die scheißen sich nicht, die, denen ist nur das Geld wichtig. Denn Geld regiert die Welt, wie man, wie man weiß. Ah, Wolf. Wie viel muss ich nicht kennen? Ich muss immer noch elf kennen. Schau, Schausle, so was droppt man hier. Eine Schriftrolle der Stadt. Genial. Bei Mädchen.de, ich glaube, kann man sich die überhaupt in die E kaufen. Ich glaube schon, im Mädchenschock muss, kann man sich die kaufen. Ähm, jo. So, wir machen, glaube ich, ja, wir holen uns gleich die Fertigkeiten. Ich muss jetzt erstmal, ich will jetzt erstmal diese Quest zu Ende machen. Ihr werdet vielleicht hier alles, äh, live miterleben, bei dem, mit als Prime 2 Singapur. Da werde ich, glaube ich, nichts schneiden. Oder vielleicht schneide ich mal ab und zu was, aber das meiste werde ich jetzt gleich so live mitbekommen. Weil schneiden unnötig ist. Weil ihr sollt ja wirklich, das wirkliche Gameplay sehen und nicht irgendeine geschnittene Scheiße. Außer wenn ich Meetings fahre, obwohl, da könnt ihr ja auch, ja, je nachdem, ob ich Bock habe oder nicht, schneide ich die. Mal schauen. Ah, hoffen wir mal auf eine Int-Glocke oder irgendwas mit Int. Für meine Charmin. So eine 12-Int-Glocke. Wäre schon nice. Wäre schon richtig nice, eine 12-Int-Glocke zu kriegen. Jetzt gleich am Anfang. Könnte ich die gleich verkaufen. Würde ich schon ein paar Kaker dafür kriegen. Könnte ich mir dann erstmal so IQ aufbauen. So eine VMS plus 9. Ich habe geschaut, ich habe geschaut mit meiner Charmin. VMS plus 9 ist ungefähr 25 Kaker wert. Blank. Also ohne, ähm, ohne Steine oder so. Und mit, keine Ahnung, 15, 16 ESS. Also, geht schon. Könnte ich mir, ich muss mir erstmal 15, 25 Kaker besorgen. Man kann sich natürlich hier im Item-Shop Sachen kaufen und die dann verkaufen. Das ist ernst geil. Ich könnte mir so 10er Passive aufladen. Na, scheiße. Wir geben mal kein Geld aus. Vielleicht irgendwann mal, äh, wenn wir higher sind. Ja, dann geben wir mal vielleicht ein bisschen was aus. Aber auch nicht gewählt. Weil, ja, es lohnt sich einfach nicht, für das Spiel Geld auszugeben. Äh, da, obwohl jetzt beginnt. So. Jetzt haben wir die Quest erledigt. Was bekommen wir jetzt? Schild, oder? Ich hoffe wohl. Ja. Jetzt wäre noch Juni-Normacht. Bah. Äh, hungriger Alpha-Wolf, hungriger Blau-Wolf. Äh, hungriger Blau-Wolf. Alpha-Wolf finden wir keinen. Da haben wir gleich den ersten. So. Haben wir hier gleich die ersten. Hehe. Geil. Doppel-Drop ist ernst geil. Sind da oben auch welche? Jawoll. Dann auch welche? Ja, die Quest machen wir noch. Das ist mir jetzt relativ wurscht. Die Quest machen wir auf jeden Fall noch. Dann gehen wir in die Stadt ein. In die Stadt ein. Wie man in Bayern sagt. Ähm, jo. Wir holen erstmal unsere Fertigkeiten. Wir machen unsere Quests. Schaffen wir noch ein Level ab? Das ist ein Level nicht. Wie im Koppel-Wolf. Schaut's mal. Leute, so viel droppt man in DE nie im Leben. Mit Level 7. Mein Inventar ist voll. Schaut's euch das an. Mein Inventar ist voll mit Level 7. Genial. Genial. Äh, Intura. Intura-Wid. Wir machen jetzt einfach mal WID. Weil ich brauche eh erstmal TP. So, die Quest ist auch erledigt. Gut, schau. Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe doch irgendwas bekommen. Ah, blau Potz und rote Potz. Ja, auf die ist geschissen. Oder? Oder was habe ich bekommen? Grüne Potz. Ja, und blau Potz. Ja, was werde ich schon bekommen haben. Oh yeah. Für die Charme. Perfekt. Und dann wäre ich lieber Int. Hier was mit Int für... Nix, nix, nix. Nix, 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 nix. Nix mit Int für jeden, mein Krieger. Schaut's euch mal. Die Leute. Schaut's euch mal das an. Oh. Genial. Genial. Was ist das? King Wubber. Was ist das? Captain Hall. Wieso killt den keiner? Ich muss die erstmal vom Hals schaffen, damit ich... Damit ich in Ruhe meine Sachen machen kann. Muss ich mir erstmal die vom Hals schaffen. Verpiss dich. Verpiss dich. Ui, der nervt mich. Nein, verpiss dich doch. Oh mein Gott. Nein, tot. Ui, der ist der low. Ist der low. Mann. Der kann sich jetzt ruhig verpissen. Ich hab keinen Bock mehr auf den. Captain Hooks. Ist der behindert. Ah, nee. Diese Quest mag ich nicht. Oh mein Gott, der läuft mir voll immer noch. Ja, dann müssen wir es im Laufen halt machen. Das ist mir auch recht. Ist mir eigentlich nicht recht, aber okay. Was ich mache schon das Richtige? Ja, mache ich. Scheiße. Komm, 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 komm. Beginn. Tot. Nein. Tot. War klar. So. Danke, jetzt verpisst er sich. Äh, wie ist killen? Was killen wir denn als erstes? Äh, wie ist killen? Verzauberte Klinge, einsetzt mal auf Furcht und verzauberte Klinge, hauen wir hoch. Wir, das war's wieder von einem Let's Play Singapur Meetings, äh, Meetings 2 Singapur, so, ja, ähm, ja, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Meetings 2 Singapur.